Auf geht's hier im Ostseestadion. Kulisse ist da. Bühl. Clara Bühl. Die Frau, die für die 1-1-Situation zuständig ist, die immer wieder Tempo aufnehmen kann auf ihrem linken Flügel und damit gefährliche Angriffe initiieren kann. Also gleich der Eindruck in den ersten Sekunden. Deutsche Mannschaft verlegt die Pressinglinie sehr, sehr weit nach vorne. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen und soll in Sekunden hier, muss man fast sagen, stimmt. Ja, vor allem großartig, dass sie gleich den Anstoß zurückgeholt haben. Die Däninen haben ja den Ball explizit gefordert und 5 Sekunden später war er da. Durch auch alle Gegenspielerinnen binden und irgendwann wieder einer durchrutschen. Nüsken. Nicht ganz abgetroffen, aber immerhin, das war ein guter Move hier von ihr in den Ball rein. Und dafür ist sie auch da. Rutscht ihr so ein bisschen über den rechten Spann. Und eben gerade an der dänischen Bank haben wir schon. Wieder Clara Biel. Stark durchgesetzt. Die Flanke allerdings nicht präzise genug. Platz ist weiterhin da. Julia Kwin war das. Egering. Mit Hut. Und Linda, gute Verlagerung. Spiel breit machen. Lücken reißen. Das ist die Aufgabe. Linda. Funktioniert bislang prima, das Zusammenspiel mit Bühl dort links. Und auch hier aufmerksam Gwinn. Und jetzt das Zupack im zentralen Mittelfeld. Stark gemacht von Tsioko Nüsken. Bühl. Die erarbeitet sich immer wieder den entsprechenden Raum auf ihrer linken Außenbahn. Linda. Sucht Pop, findet aber Lohmann. Das sind gute Bälle, dass man nicht immer alles direkt zwischen Elfmeterpunkt und Fünfer reinbringt, sondern eben auch den starken Linken auch nicht bei all diesen Dingen. Denn natürlich hat sich auch das Trainerteam in ihren Entscheidungen etwas gedacht. Und da darf sich jeder seine eigene Meinung machen. Und Fakt ist, dass der Deutsche Fußballbund ja mittlerweile soweit gehandelt hat. Sportdirektorin Mia Künzer ist fix. Wird in den nächsten Tagen vermutlich öffentlich bekannt gegeben. Da gibt es noch ein paar Formalien zu klären. Da weiß man, was auf einen zukommt. Vor allem eine Mia Künzer, die ja doch auch viel Ahnung vom Fußball drumherum hat. Und dementsprechend wird das sicher eine schwierige Aufgabe, aber eine lösbare. Wieder der Ball gewinnt. Lohmann kann sich daraus noch was scharf stellen. Wieder was gegen den Ball arbeiten hier. Und das ist die Gefahr, die ich beschrieben habe. Wenn es dann mal nicht klappt, ist der Raum im Rücken frei. Aber dann müssen eben die anderen aushelfen. Und das klappt bis hierhin ganz gut. ... nicht schütteln können in der Halbzeit. Also jetzt vielleicht nochmal den ein oder anderen Nadelstich setzen. ...deutschen Spiel, die ist schon höchst beeindruckend. Natürlich. Innen da noch ein bisschen in der Unordnung erwischen. Gut. Nüsken. Aber das ist gut. Der erste Gedanke ist gleich ab und sie ziehen es durch. Und das ist genau das Richtige. Diese Freude zu sagen, okay, ich probiere es. Ja, und das müssen sie beibehalten. Ich glaube auch, dass sie noch schnörkelloser spielen müssen. Ich denke, das nächste Mal, wenn Clara Bühl über links kommt, muss sie direkt reinziehen. Nicht nur nochmal an den Haken schlagen, sondern einfach direkt in diesen 16er rein. Geht es mir bei ihr ähnlich wie bei Jule Brandt. Da ist noch so viel Luft nach oben. Und da hinten, der Ball geht noch an den Pfosten von Alex Popp. Das war sehr undurchschaubar. Und da wirkt es so, als sei sie selbst ein bisschen. Schauen wir uns nochmal an. Jürgen Nüsken wartet lang, keine Abseitsposition, ideales Timing. Stellt den Fuß rein. Also bei ihren Abschlüssen hier von halb rechts fehlt so ein bisschen die Präzision, den Ball einen Tick besser zu platzieren. Aber die Energieleistung von Lohmann absolut lobenswert, heraushebenswert. Bühl, Bühl, kleines Missverständnis, aber das macht überhaupt nichts. 3-0 Deutschland, das ist es hier. 1. Mal möglicherweise ein Frauen-Länderspiel erleben. Die werden das nicht vergessen und die werden wiederkommen. Ganz sicher. Also die ordnende Hand, der ordnende Fuß hier von Nüsken. Dann noch einen kurzen Moment des Zögerns, weil Popp auch zum Ball wollte. Aber offensichtlich dann der Ruf von Clara Bühl. Ich hab ihn, ich nehm ihn, ich hau ihn rein. 4-0 Feuer mit Leer bis dad jetzt wieder. 4-0 Feuer mit Bl